Zu einem neuen Let's Play. Ich streame heute live bei Twitch. Heute beginnen wir eine neue Karriere bei NHL 15. Be a Pro. Wir spielen bei L.A., würde ich jetzt sagen. Man kann aber später auch noch draften. Jetzt benötigen wir erst mal den Vornamen. Ich nehme jetzt einen von meinen pikantesten Spielern und meinen Lieblingsspielern, das V.E.R.S. Wo ich selber Fan bin. Die spielen in der Oberliga Süd. Haben heute erst wieder 5 zu 4 gegen Deggendorf gewonnen. Leider nur in Overtime. Aber scheiße, wir sind trotzdem Erster damit. Weiterhin. Und das wird sich so schnell als auch nicht ändern, weil wir haben einen relativ großen Vorsprung mit, glaube ich, 6 oder 7 Punkten. Und ich freue mich zusammen mit euch diese Erfahrung zu machen, als Pro in einem amerikanischen Eishockey-Team zu spielen. Ich werde in der Mitte spielen. Und ich nehme natürlich auch die Synchrono vom Herbert. Die 23. Spielmacher. Zwei bei Play Name. Da wird es keinen geben. Das wäre nämlich schon, wenn ich hoffe, es den geben würde. Mal schauen. Da es keinen gibt. Was könnte man für einen nehmen? Schlag deinen vor. Da wird eh keiner einen vorschlagen. Da noch keiner mit im Stream ist. Das ist doch jetzt egal, was wir haben. Aussehen. Das Aussehen kommt schon an. Wir nehmen natürlich keine Frau in dem Fall, weil Herbert und Frau ist denke ich jetzt schon diskriminierend. Wir nehmen natürlich jetzt mal in dem Fall einen Mann. Nichts gegen Frauen. Ich schaue da nicht so aus. Ich kann nicht das deuten. Ich habe jetzt den Kopf genommen. Hartfarbe kann man auch in den anderen. Offensichtlich nicht. Egal. Dann gehen wir mal weiter. Die Ausrüstung. Wir haben... So eine Ausrüstung. Visier. Ja. Der Wind ist... Farbe nehmen wir lieber keine. Und Schuhe. Globes. Von Reebok. Ja. Schläger. Schläger Wahl ist natürlich... Auch mit extrem wichtig, weil der soll ja nicht so schnell brechen. Und da kommt es natürlich darauf an, den schön zu nehmen. Und dann nehme ich den von Reebok. Den schwarzen... Tape. Ganz wichtig. Farbe... Ist irrelevant. Ja, Farbe ist irrelevant. Ähm... Rose. Soll natürlich nicht einschränken. Ich denke, es ist aber... Können wir schon gehen. Schlittschuhe. Okay. Und dann war noch eine Option. Und das ist so ein bisschen schön. Ich glaube, da bleiben wir bei unserem Standard. Okay. Das war die Ausrüstung. Und jetzt allgemeine Infos. Spieler, die 23, das stimmt. Name. Stimmt auch. Attribute. Und darauf kommt es jetzt nämlich an. Schießt er nämlich links? Oder schießt er rechts? In dem Fall schießt er links. Die Größe... Die Größe... Ja... Ich bin natürlich jetzt nicht so wie so ein Riese rübergekommen. Möchte aber auch nicht klein sein. Wie man 1-Achtung aussieht, ich denke, das passt. Kämpfer... Das machen wir eher selten. Weil ich möchte jetzt nicht wieder... ... dass mir alles überwand nimmt. Das habe ich mir schon bei meinen vorherigen Karrieren so. Okay. Mit Entry Draft Token... ... oder Entry Draft starten. Du wirst zu einem NHL-Team gedraftet. Oder Team wählen, manuell wählen, welches Team dich gedraften wird. Ich denke, wir gehen jetzt mal ein Risiko und schauen mal, wer es wird. Du wirst gedraftet von... Der Nummer... ...14. Dallas Stars. Und das ist schon mal nicht schlecht, Dallas, muss ich zugeben. Weil Dallas eigentlich... ... schon ein guter Verein ist. Habe ich auch schon so oft gesehen gehabt. Und... ... ich finde, da bin ich schon gut aufgekommen. Jetzt gehe ich immer von den Minimum-Stats aus. Und zwar möchte ich immer die niedrigsten Stats hocharbeiten. Also... ... ich möchte ein wenig ein einheitliches Bild haben. Skating. Da haben wir doch Balance. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall bei der Kampffähigkeit... ... auch wenn ich nicht sehr oft kämpfe, möchte ich das schon etwas hochhalten. Weil wenn es doch immer zu einem Kampf kommt, dann sollte man hier direkt wieder am Boden liegen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja... ... Schwierigkeitsgrad nimmt es mir nicht übel. Aber ich spiele erst mal auf Rookie, weil ich erst mal reinkommen möchte in eine neue Karriere. Es ist nicht einfach als Pro oder sonst was gleich reinzustarten. Fünf Minuten sind für mich in Ordnung. Deshalb möchte ich aber schnell noch prüfen. Okay. Explosion. Vermessung in A1. Passt ja auch. Regeln. Regeln. Ja. Und ich denke, da gehen wir auch mit Eisen mit. Und da gehen wir auch mit Abseits mit. Strafen. Die halten wir jetzt einmal auf. Generell normal kämpfen. Auch normal. Und da sollte es schon ein wenig authentischer sein. Bei den Rebels nach dem Abpfiff. Ja. Erweiterte Einstellungen. Best of Five würde ich jetzt mal sagen. Normalheit. Fortlaufendes Overtime. Machen wir lieber fünf Minuten. Vier gegen vier und Shootout. Saisonhinterlage in Overtime. Gibt es einen Punkt. Und Saison Overtime ist auch wieder das gleiche. Und das neueste Gameplay finde ich auch in Ordnung. Dann würde ich sagen, starten wir die Karriere. Hier ist Herbert Geisberger und ich freue mich zusammen mit euch, dieses Spiel hier zu verfolgen. So, jetzt bin ich gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. Bei meiner letzten Karriere, muss ich sagen, war so, da habe ich etwas sehr dominiert. Oh, willkommen. Du bist Mitglied der Dallas Stars. Von dir wird erwartet, dass du verschiedene Saisonerwartungen erfüllst, die wir dir vorgeben. Wir hoffen, du hast ein fantastisches Jahr. Viel Glück. Gehen wir doch einfach mal auf weiter. So, erstes Spiel, Dallas Stars gegen Chicago, Blackhawks. Leider kann ich nur NHL bei FIFA, äh, bei NHL 15, nur, ähm, ja, mit NHL-Teams spielen. DEL oder sonstiges ist nicht möglich, sonst hätte ich das nämlich mal vorgezogen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Teilen ist, ich werde mich auf jeden Fall mal darüber informieren, ob es da gehen sollte in der Karriere, dass man auch andere Länder als Karriereorte benutzen kann. Wenn ja, werde ich mir so ein Spiel auf jeden Fall holen. Und dann werden wir das mal zusammen durchgehen. Dann würde ich nämlich einmal derweil jetzt diese Saison spielen. Eine Saison möchte ich mindestens mal mit euch zusammen spielen. Und im Nachhinein möchte ich mal versuchen, wenn das möglich ist, auf einem anderen NHL-Teil, äh, diese Spiele zu spielen, beziehungsweise die Karriere auch in anderen Ländern durchzuführen. Würde ich das mal mit euch machen. Jetzt speichere ich schnell nochmal, damit wir auch diesen Schritt jetzt mal gegangen sind, was uns dauert mit den Ewigkeiten. Ich würde jetzt wahrscheinlich eh Autospeichern gemacht haben, aber ich werde das mal machen, oder? Ja. Okay. Das braucht immer ewig zum Laden oder zu speichern. Das ist faszinierend. Okay. Schauen wir mal die Saisonerwartungen an. Die Saisonerwartungen für uns. In der Saison 2014, 2015. Wir erwarten mindestens 28 Assists von dir. Natürlich, wir haben noch kein Spiel gespielt, deswegen 0 von 28. Mit 79 Schüssen wären wir schon zufrieden. Das sollte kein Problem sein. Du musst zeigen, was du kannst und 41 Punkte holen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber ich denke, da haben wir schon ein paar Tore. Mit 28 Assists haben wir schon 28 Punkte. Können natürlich auch besser. Und wir würden in dieser Saison gerne 10 Tore von dir sehen. Weiterhin, wir erwarten, dass du für die Calder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Calder Memorial Trophy in die Top 10 kommst. Ja, Note D. Ich habe ja bis da noch nichts geleistet, also ich kriege erst mal Note D. Gut. Beginnen wir jetzt das erste Spiel, also nochmal Dallas Stars gegen Blackhawks Chicago. Und ich würde sagen, fangen wir an. Chicago mit den Stats etwas besser als wir. Aber ich denke, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Ich werde es ja trotzdem penetrieren. Ich werde es ja trotzdem machen, aber ich werde es ja trotzdem machen, aber ich werde es ja trotzdem machen. Ich glaube nicht, sie sind Angst. Ich glaube, sie sind Angst, dass sie den ersten Ball aufgeben werden, weil die Leute wirklich in dieses Spiel kommen. Also die Schlüssel für die Besucher ist, sie sind erst auf dem Board. Ich komme jetzt wieder zu den gleichen Kommentaren. Was ich aber gerne an den Ausschuss finde, ist, dass er auch noch etwas kommt. Ja, dieses Tor ist noch jung, 0 Spiele, 0 Tore. Geht los, dieses Dumps, super Karten, super Gegentore, super Shootout. Perfekt. Jetzt wäre da wirklich alles super. Cory Crawford ist der Goalie der Wahl für dieses Spiel. Nativ von Chateauguay, einem Suburb von Montreal. Und ich habe schon mal das Saison gespielt als Torhüter. Und ich muss sagen, es ist nicht einfach, nicht mal auf Rookie. Es ist wirklich kompliziert, wenn man die Steuerung, wenn man nicht einmal unter der Steuerung findet, wie man eigentlich damit angeht. Wer ist der Bulli? Krieg. We have begun our Contest. Carries it up the wing. Takes that pass at center ice. Boah. Ja, erster Schuss haben wir schon mal, ne? Die Kanada habe ich schon immer gespielt. Ich denke, wir haben gespielt. Okay, jetzt ist die Schläge gebrochen. Nein, ist gut. Und wir haben schon das erste Tor, geil? Ja, kann man so machen. Jetzt werde ich mal kurz... Oh, ich habe sogar eine Assist. Ja, das ist noch besser. Ich weiß nicht was davon. Okay, ich stelle jetzt mal kurz die Kamera um. Ja, schaut sie mal das an. Das ist doch super. So kann ich da schon viel besser damit umgehen. Ja. Ja. Ja, das wäre heute wieder umgelegenheitlich. Ich habe jetzt einen Abschluss gespielt in der Torwart. Ich wäre jetzt auf meine Kopf gegangen. Das habe ich gesehen. Das ist das erste Tor. 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 Ich glaube, ich komme gut an. ganz verstanden. Kurz am Ende vom Tor, dann nochmal schön die Bahn gegen Christ. Ach, der Fettverluste, okay. Da sehen wir jetzt nochmal das Trainer-Feedback. Die Position ist nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hat. Teamplay könnte auch besser sein. Und die Statistiken sind sehr gut. Weiter sind wir jetzt zappeln, schöner Assist. Und achte auf Fettverluste, okay. Darauf wollen wir dringend schauen. Habe ich vorher auch noch gut gemacht gehabt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich meine Toile mache, wird das schon passen. Wenn ich mich schon wieder reinnehme, aber ich weiß, dass ich auch wieder raus könnte. Und da würde ich mich noch ein wenig aufladen, jetzt könnte ich mal raus. Sonst haben wir schon gespielt, oder was? Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Okay, jetzt geht's 2-2-1. Boah. Ja, das ist schief, boah. Ich kann uns gar nicht spielen schauen. Na vorhalb, die sind nicht sehr gut auf dieser Stelle. Soll ich schon mal wieder raus spielen? Ich hoffe, ich schließe es auf sie. Ich schließe es auf sie noch nicht. Geh weg. Lass mich. Lass mich. das ist alles so geil wenn ihr einen hinterher von die ganze Zeit ja ist wieder upside wieder upside jemand weg von mir lass mich in Ruhe was bist du ey shitty ich hab die Regeln mit draußen ich weiß nicht wie die Regeln direkt vor upside sind ich weiß nicht wie sie verreißen ist aber ich weiß aber auch dass die Stats das habe ich ja am Anfang schon gesagt gehabt von Chicago ein bisschen besser sind als unsere deswegen haben sie wahrscheinlich 3-man-Torps ich hab die Stats ich hab die Stats ich hab die Stats versuche mal durch zu lassen mit dem Breakaway und den habe ich schönes das war ein schöneres Spiel also ZUKAR ich weiß nicht ich kann mal einfach ein Spiel geben ich musste immer bleiben ich weiß nicht ich weiß nicht ok Pulli Und da ist er durch Auf und da vorne Und da ist er durch Wow das war schön der Willkamp Das zweite Tor Das war schön der Willkamp Das war schön der Willkamp Ja Das ist leider, oder? Nicht Was ist gut zu tun? Ok Position geht los Hat sich verbessert Spielwert ist verbessert und Stoff mit Degen sind zu gegeben Ich würde sagen wir sind Auf einem guten Weg Das ist der erste Tor Der 4-1 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 Und 5-1 Der 4-1 Der 4-1 Der 4-1 Der 4-1 Jaaa und das ist 6er als kleine. Ja okay, Rookie ist schon einfach, aber ich glaube, die war schon zu schwer, weil irgendwie kommen die dann einfach viel leichter durch, warum auch immer. Geht denn das in Zwischenrufe mit einwandeln? Und wie war FIFA? Anfänger? Und dann... Bei FIFA ist es sehr viel... Okay, ich kann mich jetzt eher nicht einmal mit FIFA vergleichen, das ist natürlich klar. Aber die Schwierigkeitsgrad in den Enden sind genauso mal einwandeln. Let's see if something happened during the first Intermission. DEEEH! Ich habe mich verloren! Ich habe mich wirklich aufgegriffen. Und der ist auch schön, das ist der Hütter. Die Brüche ist ein wenig zu sehen. Das ist jetzt nicht so groß, sondern so großartig ist... Eeeeyyy! Tantor Ich glaube, das hatte ich bis einmal bis dato Ich weiß, dass der Torwart ist Das muss nicht gewesen sein, oder? Ja, nein. Ich bin gespannt. Ja, zurückgegeben. Und das ist sogar noch um einer, was? Das wusste ich jetzt nicht, dass das von mir kommt. So, schenkst du auf Crash? Ich bin auf Crash. 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 Ja, schön. Komm rein, komm rein, komm rein. Jetzt muss ich fangen, oder was ist das? Oh, gut. Egal. Ich versuche jetzt mal nach vorne zu gehen. Und dass einer mal hier rein schiebt. Ach, Korn! Ich bin auf der Bühne. Oh, das ist ein Problem. Ich bin auf der Bühne. Oh, das ist ein Problem. Ich bin auf der Bühne. Ach genau! Ja, weiter Füße spielen. Du warst draußen als wir das Tor festgetan haben. Es gibt ja Ninos, wir haben ja eh nicht so viel, oder? Ich muss raus. Oh, gut, 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 gut. Geh mir nicht mit. Geh rauf. Da rauchen wir doch einfach mal weg. So, ich geh noch mal drauf. Geh rauf. Gut. Jetzt haben wir uns mal kurz. So? So? Heimski, to Spezza, carries it up the side. So. 9-3. Ich dachte, das ist kein Ende mehr. Ich hatte sogar mal, dass jemand einen Eigentot geschlossen hat, was ich gar nicht verstanden habe. Mir wurde zwar das Tor dann zugerechnet, aber der andere wurde dann angezeigt, dass es ein Eigentor war. Weil der hat sich dann vor der Kamera geschämt dafür. Und ich habe es so oft schon noch probiert, damit ich das Freund nicht gezockt habe, dass wir dann einmal in Overtime oder Shootout kommen. Das ist nicht so gut, oder? Aber, ja, weil ich mir einen Eigentot geschlossen habe, so viel zufrieden konnte ich nicht. Kannst du nicht einfach mal in Spielflug einen Schlag auszudrängen können? Und dann war er drin. Jetzt wollen wir schon mal eine Wege im Kampf heraus... Was? Was? Oh so, ich habe die Strafung. Geil. Ich habe die Strafung erhalten. Ach, stimmt. Ich habe die Strafung erhalten. Okay, das kann ich schon mal so machen. Oh ja, das ist perfekt, oder? Ich habe die Strafung erhalten. Und er ist natürlich auch gewonnen. Welche Strafung anders ist sein? Ich meine, das ist jetzt ein zweiständiger Gegner. Ich habe schon meine fünf Tore vor ihm gesehen, dass jetzt dort war. Und einfach, hey, Leute, ihr könnt ja diese Saison gleich wieder abgeben. Abgeben, ich kann auch nicht mehr abgeben. Oh ja, genau. So schaust du aus. Oh, schade. Das ist das mit der Üben auf dem Faden. Was für die Rüte ist. Oh ja, so schade. Okay, das ist schon ein Zebra. Es hat die Strafung erhalten. Die Strafung, die Strafung, die Strafung, die Strafung, die Strafung, die Strafung, die Strafung. Und er ist so ein Zebra. Oh ja. Der Strafung ist gut. Und er hat es durch die Mitte, also erhebt. ja und schon mal es hat wo ist es ist es gibt die chance es kommt um der feste blieb diese folge das hat no answer for boah und die drei sind schon richtig geil von mir gewesen ja mvp was wir haben das ist das ist das ist das ist das ist das Oh! 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 So schön weggecheckt! Dann noch einmal den Puck abgefangen! Mary B. Herbert! Ich fahre das blöd! Was ist das jetzt? Ich bin der ersten Tag auf 1 und da war sowas! Ich glaube! Das könnte mir doch gefallen! Das könnte mir echt gefallen! Ich habe keine Ahnung mit was das hier zu tun haben! Das erste Match hat fast schon alles was es haben sollte! Jetzt wird nur noch ein Unterzahl-Tor! Und... Ja! Noch ein paar von mir! Und am besten mit dem Kampf hinterher wo ich noch bin! Ich glaube da haben wir alles! Jetzt schau ich jetzt die Stats an! Ich glaube die kommen gut an! Und jetzt müssen sie aufschauen! Der letzte raus! Der letzte raus! Scheiße! Eising! Und dann sind sie wieder zu! Und dann sind sie natürlich da noch nicht! Jetzt müssen sie noch mal hin! Und dann sind sie auch nicht mehr in den Stats ein! Auch schon weiter geht's! Einer hat die Stats! Er Medicaid! ich glaube im ist auch schon mit rein für mich immer noch ein paar Wochen die Leute die 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 So, jetzt stellen wir da draußen. Und damit haben wir den ersten Sieg angefangen. Das ist natürlich ein WP, also das müsst ihr mir erwarten. 12 zu 2 geht es aus. Zwei Strassen, das war von mir wegen unglückliche Härte. Ein Breakaway, das denke ich mal auch ich. 38 Schüsse gesamt, zwei Jacks von mir natürlich. Soll es aber auch anders sein. Ich glaube da kann ich gut mit leben. So und dann haben wir hier jetzt drei Assists, haben wir schon mal von 28. 7 von 10 Toren. 21 von 79 Schüssen. Und 10 von 41 Punkten. Und Abschluss habe ich auch schon. Äh, ja. So. Schuss. Ich werde schon was verändern. Kann man nicht. Kann man auch nix machen. Das ist sinnig, wenn wir auch nix machen können. Ja, wenn wir was machen können. Gut, dann gehen wir da jetzt einmal auf die 60, wie ich sage. Und hier denke ich können wir auch noch was bearbeiten. Und dann gehen wir mal auf das hier. Ja, das war's. Und dann gehen wir mal auf das Speichern. Und ich sage mal, das ist das Spiel schon mal vorne. Und hier meine Pros Statistiken. Spiele Statistiken. Spiele Statistiken. Als ich an einigen eucharer habe. Das ist, was ich will. Das ist die beste Entscheidung. Dann gehen wir das zurück und die beste Entscheidung. Ich sage mal, die beste Entscheidung, wie ich ist, was ich sei. Ich sage mal, das bin ich das. Ich sage mal, das nehme ich das. Schauen wir mal die ganzen Centers an, das sind 4 Stück, ich hab bis jetzt schon 7 Tore, musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, ein Spiel, 7 Tore, ich denke mal, da kann auch was aus der Stocksistik rauslegen, ok, ich bin dafür, eins machen wir noch, danach gehen wir in die Pause, in die Winterpause, und jo, machen wir noch eins, wir spielen heute gegen Nashville Predators, ok, ziemlich ausgeblieben, hier stürzt, ich bin im Nashville ich bin im Nashville direkt für die Gefühle Lass mich jetzt mal reden. Ich hoffe jetzt, dass die Kamera schon wieder so steht. Und Tor Nummer 1. Und jetzt werden wir erstmal die Kamera wieder umstellen. Ich hoffe, ich werde das mal erinnern, dass ich das auch mal allgemein einstelle im Hauptmenü. Wir haben die 5 und 20 und nicht die 23, das finde ich schade. Ich glaube, das ist nicht schöner als das ist. Ja, du. Ich glaube, das ist nicht so schön. Ja, da freue ich mich. Ja, was soll ich damit jetzt anfangen? Dann kommen wir jetzt an. Verzeihls. Oh, das haben sie jetzt nicht mehr zurück. Ey. Alter, genau. Abseits ist es mit den Stehen auf dem Fliegsfuß. Goalie ist einer der 6 Leute auf dem Eis. Er kann passen. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Er hat die Zone. Nach der Blüe-Line. Paddelt auf den Seiten. Oh, das ist vorbei. Jetzt versuchen wir mal da auf zu gehen. Carried through Center Eis by Markstrom. Kann er etwas generieren? Sag! Ah, ja. Diagonal zu Bork. Und glides auf durch Center Eis. So, und ich bin jetzt mal auf der Ausrichtung. Okay. Boah, hallo. Ja genau. Genau. Wow. Das erlaubt das, ey. Das war eigentlich Behinderung. Ach. Kommt. Die Spielkartine diskutieren. Wäre aber geil, wenn sie mal ein Spiel geht und wo man auch einen Schützrecher des Bequil könnte. So, jetzt machen wir jetzt auch eine. Das war noch etwa seitens. Auf die Hire. Und in! 39 Sekunden. A little under nine minutes remaining in the first. The Stars just added some insurance to make this a two-goal lead. Was ist der Offside? Was ist der Offside? von Nyström. A shot. Not all saves have to be hard. That one wasn't. In. Oh, stick save. A shot. Big pad save. Dragged between the blue lines. Broken stick. Rotten luck. Terrific opportunity, but it would not go. He missed the net. Oh, the shooter was in a prime area, but a stick broke. Oh, that's why the puck missed the net. He covers and holds on. Markstrom's won again. That's two unanswered goals. One is just a bit. So, let's load it. The Predators get it off the face off. Four by number 37, Patrick Nemitz, assisted by number 25. Time of the goal. Taken to the corner by Stahlberg. Oh, they're going to win it off the defense. Oh, my, oh, my. We're going to win it off the defense. We're going to win it off the defense. Doesn't matter. Oh, he'll win it off the defense. No, 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 no. No you just don't hit the air. Oh, jetzt habe ich den Krieg. Oh, und schon geht es kämpfen los. Ey, ich muss doch jetzt nicht. Nicht wegen mir. Nicht wegen mir. Was für ein Höhenmaß? Das ist wie das Motor nicht. Hör doch aass. Was ist wieder da oben? Ne. Gut gemacht. Haben wir endlich eine Idee. Gut. Das war ein Schwachsinn. Ganz ehrlich, die Regulierung vom Publikum ist manchmal so lächerlich. Aber auf jeden Fall gelistet als Trafieber. Boah. Gut. Ja, natürlich passt immer noch eins. Ich würde... Gut. 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 von der dritte und start to work okay y'all routine save up the way and they've got a three on two here nah schweizern hander betrothen schäuble xd he Ich bin jetzt vorbei. Ey, zu einer, endlich kommt er mal in Kampf zwischen mir und dem anderen, ey. Ich mach dich nicht fertig, ey. Der kann doch mehr. Die Schnauze voll. Ich stell's fünf Minuten auf die Strafgemarge in den Ursch, ey. Es war keine gute Zeit für einen Kampf, aber du hast gewonnen. Ja, toll. Und Dexter tut es nicht. Ich hab die Fortschleiter in den Sommer. Oh, leid. Nee. Okay, jetzt hab ich insgesamt neun Saison-Tore nach zwei Spielen. Ich denk, das kommt gar nicht mehr so schlecht. Und jetzt hab ich mich auch wieder zusammen mit dem Unterzeug. Ja, eigentlich muss ich mich auch wieder aufpassen. Ich hab mich auch wieder aufpassen. Ich hab mich nicht mehr so gut, sondern ich hab mich auch wieder aufpassen. Jetzt bin ich auch wieder aufpassen. Ich bin jetzt mal aufpassen. Aber ich bin jetzt mal aufpassen. Und das ist ein 6 zu 3. Endlich kriegt er mal was. Das ist ein 6 zu 3. Endlich kriegt er mal was. Und natürlich könnt ihr das Video auch später noch einmal verfolgen bei Switch. Unter meinem Video Bibliothek oder wie ich das unternehmen kann. Die Aufzeichnungen von... ich weiß nicht wieviel gebraucht reicht es zurück. Die Powerpipzeug. Und ihr könnt das natürlich auch gerne anschauen. Das ist wirklich ein Feature. Ich weiß nicht, dass ihr das Video auch sehen könnt. Aufzeichnungen von Koalitionsausschlein. Und wenn man in der Mitte wieder rauskommt, oder? Oder ich weiß nicht, dass er mit in der Mitte wieder rauskommt. Jetzt unterbreche ich mal kurz das Spiel und möchte mal schauen was ich jetzt bekommen habe. 10 Minuten Strafe. Nee, das kann gar nicht sein. Wir haben zuvor schon mal eins gehabt. Moment. Das war 6...16. 6...16 Spiel. Vielleicht ist er wieder in der Mitte. Vielleicht ist er wieder in der Mitte. Schuss auf den Körner. Das ist 3 in einem Jahr. Er hat das Rissschot bereit für die perfekte Garten. Der Guglotender möchte hier agressiv sein, aber das ist perfekt. Ich darf wieder spielen, ich darf wieder spielen, ja! Ich darf wieder spielen, wow! Super, nochmal gleich mal 3 wieder da, ey, ja genau! Was ist das denn? Da steht einfach so schön durch. Nein! Das kann doch nicht sein! Da steht einfach so schön durch. Ey! Hallo? Der rammelt hier. Der rammelt. Der rammelt. Das war auf dem Preis wenn wir das Tor gefangen haben. Tut mir leid. Gut. Der rammelt hier schon mal. Gut. Der rammelt, wir haben schon mal überstanden. Letztes treppeln. Dann haben wir den Tag wieder gebrochen. Genau... Ja! Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr sehen kann. Es ist besser für freine Strafe gekommen. Ja, genau so wollte ich das doch. Soll es denn anders sein? Saisontor Nummer 10, glaube ich, ist das jetzt? Ich weiß nicht, ihr könnt es noch mal in die Kommentare schreiben, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ich konnte es immer mitzuhalten. Ich konnte es immer mitzuhalten, ich weiß nicht, wie viel es jetzt schon war. Oh shit. Nein! Alter! Sie gehen ganz schön mit, ey! Jetzt gehen wir nochmal rum. Nein! Aber das bleibt noch, oder? Oh! So zu retten, was zu retten ist, ey! Boah! Ach ja, komm! So ein Schmarrn! Aber das gehört dazu, das hatte ich auch schon mal so und da habe ich mich übelst gefreut. Du bist es nicht so. Ich bin für die Grün. Fass dich nicht. Ich bin wieder raus. Ich bin wieder raus! Ich bin für die Grün. Ich bin zuerst. ... ... Ja, du weißt. Ja, du weißt. Das ist der Hattrick. Es gibt noch viele auf dem Eis, wenn es nicht. Aber er hat drei Schäuze. Die Stars kontrolliert von der Fasen. Ein Schiff von der Season. ... bei Nummer 21, Injuang Brüßel. ... bei Nummer 50, Garber. ... bei Nummer 24, Joynie Benn. ... von der Schiff von der Schiff. Ok, ich probiere es noch einmal. Ich werde noch spielen und sie können noch drei Tore machen. Jetzt geht es aber wirklich um die Endphase. Wir haben sie aber noch einmal alles, auch wenn es einschrieben ist wie es erscheint. Aber die haben 6 fertig gemacht, das sind wir zu unterschätzen. Ich weiß nicht, dass es noch keiner bei mir geschafft hat in der Karriere. Okay. Das ist ein Verklang-Check, aber... Das ist ein Verklang-Check, ja genau. Das ist meine, zum Beispiel. Ich weiß nicht, dass die Kumpel zu Ende ist. Das ist ein Verklang-Check, das ist ein Verklang-Check. Alter, WTF?! Jetzt geht es aber los. Jetzt fällt es nicht mehr ins Shootout auf. Ey, das wird jetzt nochmal richtig spannend hier. Wollt es nicht mehr sein. Wollt es nicht mehr sein. Es ist vor der Leute, Hanno hoch. Die Kumpel ist begeistert und die Kumpel ist vor dem ja ich bin so gut das war mir klar dass wir jetzt noch mal kommen und wenn sie dann gleich noch mal kommen ich bin so gut wie schweiß wenn sie ja ja So, da haben wir schon mal das sichere Sieg eingefahren. 4 Stück, ok, jetzt haben wir es auf jeden Fall safe, weil ich habe vorhin sieben Tore und jetzt ist es vier. Dann habe ich elf Tore und zwei Tore, ich habe das schon mal erinnert. Jetzt wäre alles genügend, das reicht auf jeden Fall schon mal drinnen. Und, ja, jetzt haben wir eine Stunde gestreamt. Das ist für mich jetzt genug. Ich mache jetzt nochmal Privatleiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. 11.08 Uhr ist es ausgegangen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal nochmal mit ein, wenn die Karriere bei uns weitergeht. Bis dahin, haut rein. Ciao.